so guten morgen ich heute mit dem alexanderbecher gehört eigentlich dem alex und das wetter heute neblig wir haben gesehen dass das wetter die nächste woche einfach nicht so gut sein soll und übermorgen ist der einzige tag wo noch mal richtig die sonne scheint und wir überlegen gerade ob wir dann morgen den regentag nutzen zum fahren und zur richtigen tolltung gefahren also die große trollzungenwanderung schönes wetter wäre schon bei der wanderung ich glaube wir machen das mal kühlschrank ist gerade angegangen aber waschen müssen wir demnächst auch mal waschen wir haben da so ein beutel dahinten mit dreckigen klamotten der riecht echt gar nicht mehr gut der stinkt müssen wir wahrscheinlich morgen oder so mal ran oder übermorgen oder am samstag oder wir sind hier auf dem weg nach Frau Tunga heute und auf dem weg kommt man hier an diesem geilen Wasserfall vorbei wir glauben es ist der langfristeste Wasserfall das ist der krasseste Wasserfall den ich jemals gesehen habe sieht geil aus wir sind hier auf dem weg wir sind hier auf dem weg wir sind hier im jemals wir sind hier Guten Morgen! Guten Morgen! Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 6 Uhr. Ja, stimmt. Oder kurz nach 6 Uhr. Wir machen uns bereit für die Wanderung auf die Trolltunga. Und packen jetzt noch ein paar Sachen. Hier sind unsere Trinkrucksäcke. Die haben wir schon voll gemacht. Proviant, Schmerztabletten, Sonnencreme, Insektenspray, noch zusätzliche Klamotten, Regenjacke, Wanderstöcke. Ja, was sagst du, Al? Bist du motiviert? Ja, bin ich. Das wird eine sehr lange Wanderung. Wir werden heute wahrscheinlich zwischen 10 und 12 Stunden unterwegs sein, weil wir irgendwie, ich glaube, 27 Kilometer wandern. Was tun wir hier? Ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin ganz gespannt auf die Trollzone. Und heute Morgen, was bringt dich hoch auf den Berg? Frühstück der Champions again. Frühstück der Champions. Das ist es. So, wir sind die Wanderung gestartet. Ja, wir nehmen jetzt nicht den Shuttlebus. Wir haben jetzt geparkt ja auf dem mittleren Parkplatz P2. Und wir laufen jetzt hoch zum P3-Parkplatz, von wo aus dann offiziell die Route startet. Das heißt, wir gehen jetzt vier Kilometer Straßenseer und Tien hoch. Aber ist so, ne? Erste Etappe haben wir geschafft. Wir sind jetzt am Parkplatz, ganz oben. Und jetzt geht's weiter hoch. Jawohl, jetzt geht die eigentliche Wanderung los. Jetzt geht die eigentliche Wanderung los. Da ist Jennifer wieder auf ihrem Lieblingsuntergrund. Sie liebt es einfach auf Schnee zu laufe. Man sieht es. Es ist einfach ihr Metier. Sie sticht runter. Guck's dir an da. Der Schnee, mein Endgegner. Und wie fühlt sich? Ganz gut soweit. Ich glaube, jetzt haben wir noch einen Kilometer oder so vielleicht. Ein und halb, würde ich sagen. Ja, ein und halb. Und dann sind wir da. Und dann sind wir da. Alex, was sagst du? Wieder müssen wir in der Schlange stehen. Dann spochen Sie zu dir am effort Rendchen. Auf jedenポ prejud 컷 wir. Sollant und vap Citizen. Ja, jetzt reden wir an. Ohhh, Thanks. Jetzt gehts wieder zurück. Aber ich muss sagen, die Trollzunge, Trolltunga, richtig gut. Tepe, okay. Tepe, okay. Da kommt sie. Das sind 6000 Meter. Der Trolltunga Zug. So, acht Stunden später. Acht Stunden später. Hart, hart, hart. Aber ja, auch irgendwie noch in Ordnung. Also ich fand die Wandlung richtig gut. Aber ich bin jetzt auch fertig. Ich will jetzt runter. Ich will jetzt nach Hause im Bus. Ich muss pipi. Und dann will ich nachher duschen und dann will ich essen. Und dann will ich meine Beine nicht mehr bewegen für die nächsten zwei Tage. Jetzt noch auf die Serpentinen hier runter. Und dann haben wir es. So?